Musik Good morning! Von der war es da schon Nummer 2 fertig in dieser Serie Sicherheit im Leben. Nur gestern hat mir also gedanken top geführt, was wir heute über die letzte Poideo über wer Jesus ist. Johannes will handelt besonders klar haben, wer Jesus ist. Sicherheit kommt, wenn wir weiten, an wem wir glauben, dann. Wenn wir nicht weiten, an wem wir glauben, dann ist das Schwor eine Sache hat, an dem zu fingen. Jesus ist der Christus, Gott sein Sein. Nur von der war, wenn wir eine Karte über eine klare Antwort lesen, wird Johannes sagen, dass worum er alles hat geschreven, wird so weit im Brief. So wenn wir lesen, Kapitel 5, versuchte drei Tieren. Versähne vergnügt, wo wir an Jesus Christus wo wir an Gott sind, gläuben, dort die weiten, dort die dort euren leben sollen. Versöhne vergnügt, wo wir an Jesus Christus gläuben Ditt es für jund. Versöhnend für nicht, was vielleicht anfangt, zu twiwlen über die Erwartung oder zu twiwlen über wer Jesus wie er wegen falschen Lieders, was sie irgendwo haben gesagt, Ditt es für jund. Nun kann ich das klar haben, ich kann nicht sicher sein, dass sie in Glauben an Jesus nicht für nichts waren. Ich kann nicht sicher sein, dass wenn sie an Jesus Christus glauben, durch all diese Prüfungen haben, dass sie wirklich an Jesus Christus glauben, dann kann ich sagen, dass sie das ganze Leben haben, Johannes sagt, dass sie dort wissen, und sie abhören, mit twiwlen, für ihre Erwartung. So, was von den Dingen hat Johannes auch dann durch das ganze Brief gesagt? Was von den Prüfungen hat er an sie geeft? Ich denke besonders dann an feierfreien, die wir uns selbst sollen stellen. Was Johannes auf Rüte gebracht, immer wahrer, das steht bereit. Dort hier steht es, Wandel ich in ein Sinn im Diesteren, oder wandel ich im Licht, so dass Gott im Licht ist. Frau Nummer 2, dort ist, Haule ich Gott seine Gebote. Immer wahrer, red Johannes davon. Und er hat er die Taub voeten mit der Wied von Jesus auch, dass wir so ein Gott leben, und wir sollen das auch in ein Anderen leben. Dreiens, Hast du eine Luft für Gott seine Familie? Als ich Gott als Kind, dann soll ich auch eine Luft haben für Gott seine andere Kinder. Hast du eine Luft für Gott seine Familie? Und vierens, Kannst du Jesus? Kannst du Jesus? Und das würde ich dann in zwei Ports nehmen. Kannst du wer er ist? Und das würde ich dann in zwei Ports nehmen. Kannst du wer er ist? Jesus nur gefolgt. Wo stehst du? Das sind die vier Freunden, die immer weiter sind durchgekommen. Durch das Buch. Ich glaube, die meisten Menschen würden gut tun, um das Buch ganz durchlesen, auch mit dieser Andacht, und alle Taub, wahnsinnig schwerer Zeit haben, mit ihrer Sicherheit, mit ihrer Heilsgewissheit. Und dabei müssen wir dann auch abrechtlich sein, mit uns untersehen. Und wir müssen dann lernen, wer Jesus ist. Das sind die Dinge, die uns fehlen sind. Ich glaube auch wirklich, wann wir diese Dinge tun. Ich glaube, dass der Helle jetzt fangt an, Zeugnis zu geben, mit uns jetzt, dass wir Gott seine Kinder sind, oder als wir nicht sind. Ich glaube, er fangt an, klar zu mir, und kriegt es aus Paulus sein, in der Tere Räume, dass Gott sie jetzt die erzeugen ist, dass wir Gott seine Kinder sind. Ich glaube, er wird wirklich so eine Dinge anfangen, zu schaffen, in einander zu leben. Und so, ich habe drei Fragen, für jeden von dir. Einde ist, hast du die selbst ungesagt? Frag Nummer 2, wirst du abrechtlich? Und Frag Nummer 3, wirst du geraten? Mein Wunsch würde sagen, für alle Personen, die das haben, das so weit teuer gehört, in dieser ganzen Serie, in diesem ganzen Brief, dass die würden dann nicht klar haben, gerade wo ihr stehen, ob sie geraten sind, oder nicht. Und wenn durch alle Prüfungen die haben gefunden, dass die sind an Jesus Christus, dass die würden abhören, mit Twiwelen. Und wenn durch alle diese Prüfungen die haben angefangen, dass die sind niemals wirklich weil ich im Glauben gewaßt, dass die würden nie bei dir kommen, dass die würden die ganz Hand geben zu Gott. Dass die würden dann mit ihnen ganzer Hort, Seil, Kraft, Gedanken, Läuven. Ganz Hand geben an. Dort ist mein Wunsch vereint. Ich möchte Gott den Segen wie sein an. Morgens Mars. 5 3 4 5 5 5 6 6 8